Nikolaus sagt, er weiß nichts von einem Streit. Nikolaus will den Streit nicht mitgekriegt haben? Glaube ich nicht. Bei Julias Temperament? Ich mag Frauen mit Temperament. Wussten Sie, dass Florian Hartmann wichtige Firmenanteile geerbt hat, die er zu Geld machen wollte? Ja. Ja? Und warum sagen Sie uns davon nichts? Hey, hey. Nee, 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 nee. Ich habe keine Lust auf Schillen. Ist ja gut. Sie haben ja nicht danach gefragt. Ne? Und was geht mich Florians Kohle an? Hey! Sie müssen Ihre Bar hier schließen. Da käme Ihnen doch so ein Startkapital gerade recht. Nun machen Sie sich um mich mal keine Sorgen. Ich fall schon wieder auf die Füße. Ne? Klar hätte ich es genommen. Aber spielt doch keine Rolle mehr. Weil Florian jetzt tot ist, oder was? Nee, Mann. Weil er die Anteile gar nicht mehr verkaufen wollte. Weil er gar nicht nach Australien wollte. Ich habe gar nicht gewusst, dass gleich bei dir um die Ecke so eine Kackgegend anfängt. Schnürze, Mann. Ich wohne zehn Minuten weg von hier. Ja, zehn Minuten weg von hier ist immer noch die falsche Seite von der Elbe. Wenn du bis 30 mal eine Frau haben willst, Alter, musst du langsam mal umziehen. Letztes Mal in Leversen, da gab es nur Fleischplacebos mit nichts als Fett und Sämen und Schwabbelkram. Und die Bohnen, die waren schon mal am Pflegeheim. Das ist echt bitter. Wie das wohl nachher riecht, geh nachher. Ein Koala. In Bayern. Ja, ich weiß, das klingt verrückt. Ja, ich glaube, ich spinne. Das habe ich auch gedacht. Nee, ist nicht. Tschüss. Scheiße hast du gesehen, Spatzenherr. Wir sollten die Polizei rufen. Moment, Moment, Moment. Was ist, wenn einer von uns hinterfischt hat? Aus Versehen. Ich meine... Einer von uns könnte doch... ...so einen Jagdunfall? Jetzt hören wir zu, Ernst. Heiner ist der Mörder. Aber er ist klar, er hat keine Spuren hinterlassen. Du musst nur das Foto in Heiner's Brieftasche stecken. Alles andere überlässt du mir. Darf's noch was sein? Wie? Oh nein, nur zahlen, bitte. Ausgezeichneter Kaffee übrigens. Ich sag's der Maschine. Das sollte keine Anmache sein. Was du nicht sagst. 2,50. Du hast Glück, dass dies der beste Tag des Jahres für mich wird. Was machen Sie hier? Gar nichts, ich will auch gleich wieder gehen. Wo ist mein Sohn? Keine Ahnung, ich kann ja mal nachsehen. Und wenn ich ihn treffe, dann sag ich ihm Bescheid, okay? Bitte schneiden Sie mir nichts ab, ich kann nichts entbehren. Kommen Sie, essen Sie was. Bitte, ich kann nicht. Bitte lassen Sie mich gehen. Einer muss es essen, verdammt nochmal. Schauen Sie, ich will zu meiner Freundin. Ich habe mich wohl nur im Stock gehört. Ich bin Puzzi, Puzzi. Puzzi, Puzzi ist die ganze Welt. So wie mich haben sich die Zeugen Jehovas die Zeit nach Hammer genau vorgestellt.